Dynamik, Teamgeist, Naturverbundenheit, Familie und Erfolg. Diese Image-Elemente zeichnen nicht nur die österreichische Skisprung-Nationalmannschaft aus, sondern auch die Unternehmerfamilie Haagassner aus Weng im Inkreis. Ab September diesen Jahres verbindet diese zwei Institutionen aber noch viel mehr. Man will natürlich im Marketingbereich mehr machen und da haben wir lange überlegt, in welchen Bereich geht man. Und da haben wir uns einfach für Sportsponsoring entschieden. Ziel war es ja, da eh schon länger eine Sportfamilie zu finden, die einfach zu der Firma Haagassner perfekt passt. Dazu ist natürlich auch der Wintersport bestens für uns geeignet. Durch ihren Vater Anton Haagassner Senior war ihnen die Leidenschaft für diesen Sport bereits in die Wiege gelegt. Auch er ist früher aktiv auf der Schanze tätig gewesen. So kommt diese sportliche Partnerschaft nun wirklich nicht von irgendwo. Profitieren davon werden beide Seiten. Der Großteil kommt ja von Sponsoren, der Mittel, mit denen wir überhaupt das ganze Wettkampftraining und auch die Wettkämpfe und alles bestreiten. Auch den Profisportlern wurde bei der Betriebsbesichtigung klar. Dieser Sponsoring-Partner hat Teamgeist und ist auf allen Ebenen erfolgsorientiert. Ich bin schon ein paar Mal vorbeigefahren, aber dass das so ein Riesengebäude ist oder so eine Riesenfirma, ist mir jetzt erst bewusst geworden und dass da noch so eine Familie dahinter steht, ist noch beeindruckender. Und das, glaube ich, kann ganz gut passen mit einem Skispringer. Ich habe jetzt nicht genau gewusst, was wird da gemacht und bin jetzt sehr überzeugt davon, dass das ein super Partner ist. Sehr, sehr nette Leute da alle. Ja, es ist natürlich immer ein Vorteil, wenn jemand mit Herzblut dahinter ist, weil er das gern tut, weil er mit der Sportart ein bisschen Verbindung hat. Und wir hoffen, dass wir ihm das auch ein bisschen mit guten Erfolgen zurückgeben können. Zusätzlich hat sich Haargassner das Kopf-Sponsoring der Top-Springerin Daniela Iraschko stolz gesichert. In dieser Hinsicht lässt Haargassner nichts anbrennen. Sie werden den Sportlern im wahrsten Sinne des Wortes Feuer unterm Hintern machen. Auf meinem Helm sind auch Flammen oben. Das Haar schaut aus wie ein Superman-Haar, halt in dem Fall. Ich glaube, das hilft einem schon. Ja, das hoffen wir doch. Ich glaube, das brauchen wir auch. Letzte Saison war doch nicht so erfolgreich. Und vielleicht ist die Firma Haargassner genau mit dem Motto, genau die richtige Zündung für uns, dass es wieder gut läuft. Haargassner, der Preis soll in die Klinik hinein.